Und alsbald darauf folgt eine Motorfehlfunktion. Motorfehlfunktion! Oh, da ist ein Typ, hallo. Ne, ne, ne. Der Josh ist aber mega weit weg hier. Echt? Ich bin schon ein bisschen vom Gas runter und dann guck ich jetzt mal ein Motor ausziehen. Da, jetzt seh ich ihn. Jetzt ist er wieder weg. Was macht ihr denn? Fahrt ihr 130 oder wie? 138. Du bist aber nicht irgendwo abgebogen, ne? Ne, ne. Mehr geht leider nicht, ja. Oh, das ist der James gerade neben mir. Ja. Das klingt sehr interessant, blablablablablabla. Was, 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 was. Ja. Zeit ziehen. Man merkt, der Julian hat eine leichtere Fracht. Es geht leicht bergauf und er ist schneller als ich. Okay. Ja, was haben wir denn schönes? Wie viele Tonnen habt ihr denn? 20. Ja, 11. Wäre gut, okay, James. Es erklärt unsere Geschwindigkeitsdifferenz. Mhm, 123. Ne, Josh, in Firenze waren wir schon. 122. 121. 120. Oder 90. Ja, das passt. Easy. 12 Tonnen habe ich. Wäre schön, wenn es mal wieder bergab ginge, dann können die 20 Tonnen mal schieben. Aussteigen und schieben. Genau. Das ist eigentlich, eigentlich, ja, aber zum Anhalt, ja, das ist eigentlich so schön. Nein. In der Brücke gewesen. Nein, James. Nein. 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 Ich habe mir auch gedacht, aber nein. Oh, ja, abfahren. Pong. Seid ihr denn dagegen gefahren? Ich bin dagegen gefahren. Aber da passiert ja nichts mit. Komm. Ich glaube, du wirst langsamer. Ich glaube, du wirst langsamer. Oh. Ich habe das jetzt da vorne auf das Ding reingelassen. Ich habe mir schon fast noch gedacht. Das ist aber eine Situation, du, da könnte es aber kritisch werden. Ich habe gerade noch gedacht. Das war mein Spiegel und die Hälfte von meinem LKW. Du hast mich voll rasiert, James. Das war's. Ich meine, ist nichts Schlimmeres passiert. Ich habe nur ein bisschen Schaden davon getragen, aber das war's. Nein, ich habe nur ein bisschen Schaden. Easy. Ich habe Aufliegerschaden gekriegt. Ja, der ist bei mir langgeschraubt, leider. Entschuldigung, war der Holländer. Alles gut, alles gut. Ich fand das gerade lustig. Weil wir da so beide voll mit gerechnet haben. Ich hätte es noch viel witziger gefunden, hätte dich das über die Leibklanke aus der Welt gekickt. Das hätte ich gefeiert. Da ist ja dann eine unsichtbare Wand, das passiert ja nicht. Äh, das ist eine Person. Ja, und? Die läuft auf dem Standstreifen rum. Die hat ja der Warndreieck aufgestellt. Überfahren. Ja, dann ist das ein Straßenereignis, lieber Josh. Random Events. Aber ich habe dieses Mal keins. Interessant. Also ist dann quasi der Regler ganz nach rechts, also nicht 100%. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn ganz nach rechts gepackt habe. Ich habe ihn ganz nach rechts gepackt. Aber ich hätte auch recht. Ja, nach dem, was James gesagt hat, habe ich mir auch mal gedacht. Paxe immer wirklich ganz nach rechts. Boah, das ist mit den Ausfahrten, das ist ja mega geil. Ja, mega nice. Die eine nimmst du, die andere nicht. Die eine nimmst du wieder. Josh in der Disco. Die eine nimmst du, die andere nicht. Die eine nimmst du wieder. Ja. Genau, ich habe einfach nur immer wieder, ich habe einfach mal irgendwie in den Raum geguckt, da habe ich wieder zu meiner Freundin geguckt, da habe ich wieder in den Raum geguckt, da habe ich wieder in den Raum geguckt, da habe ich wieder zu meiner Freundin. Herz. Sagst du das jetzt, weil sie noch neben dir sitzt? Oder weil sie vielleicht die Aufnahme nachbearbeitet und das sehen könnte? Nö, das hätte ich auch so ehrlicherweise gesagt. Achso. Handherz. Handherz, Communityherz. Sind wir schon da bei dir, Josh? Nee, wir müssen uns auch nicht an unsere Other Side. Take me to the Other Side. Shames. Wenn ihr da, wenn ihr da eine Vollbremsung hinlegt. Ja, was sollen wir denn machen? Also ich fang hier seit ner... Boah, geil. Ich fang seit ner Ewigkeit relativ langsam einfach durch die Gegend, was einfach wunderschön ist. This is beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Oh, Alter. Ist das schön. Das muss von dem Foto her. Das muss von dem Foto her. Ist das geil. Ja, Jörg, dann warte. Komm, dann machen wir mal eins zusammen. Oh, Selfie. Warte, dann muss ich nur mal gerade Felf drücken. Boah, Alter. Ist das so. Ich will, dann ist da sogar im Hintergrund auch noch mit drauf. Ich seh, ich weiß es nicht, es passt irgendwie nicht so, dass ihr alle... Ich mach grad mal nicht LKW-Foto, sondern ich mach einfach mal was anderes. Einfach nur jetzt grade mega nice. Aber wenn wir hier grade stehen, dann geh ich nochmal den Regler ganz nach rechts schieben. Boah, ist das geil. Gucken, ob der nicht schon ganz rechts ist. Das ist schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Nee, ganz rechts war er noch nicht, jetzt ist er ganz rechts. Boah, Entrenntara. Dann müssen wir hier in den Entrenntara rein. Jaja, da in die Fähre rein, ne? Das andere war der Ausgang. Dödem, dödem. Dödem, dödem. Schade. No collision zone, Josh. Was? Ja, pfff. Nee, ist unrealistisch, Mensch. Also hier im Inneren der Fähre, ja, kann man, kann man auch machen. So, 20 Minuten süß. Ja, das ist halt ein kleines Fährchen. In der Fähre drin quasi? Ja, 20 Minuten nach Messina. Also wir steigen in die Fähre rein. Ich breche, ich breche die Fähre auf. Oh, da ist ein Typ. Hallo. Das ist aber, da ist ein Typ. Mit dem weißen Scania. Möööö Mööööööö, mmöööp, mööööp. Möööööp, möö. Boah, ich weiß von was sie jetzt eine Foto machen. Gleamöööö, möööö. Eine Fähre im Hintergrund? Ja. Also nicht die aus der wäre rausgestiegen sind, sondern die andere. Jaja, ich, 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 ist crew allein. Das ist so über... Okay, genug rum, ja. Übertrieben. So, war hierher's auch gemacht. Moin. Ju denn so, ich fahr einfach mal. wieder mit Josch zusammen. Alter, ist das... Oh, nee. Sorry. Oh, mal gerade. Der Kran ist auch geil. Alter, sieht das geil aus. Einfach. Was zur Hölle? Also an alle, die jetzt bis hier mit der Aufnahme hindurchgehalten haben, die sich die ganzen Folgen angeschaut und nicht zwischendurch mal aufgehört haben. So. Habt ihr was zu sehen bekommen? Boah, das ist so hübsch. Das ist so schön. Ich muss noch ein Stück vorfahren. Ich liefere dann schon mal ab. Mach du mal. Ja, macht ihr mal. Wo muss ich denn hin? Ähm, okay. Das ist ja mal fancy hier. Roland, der blaue Kran ist im Hintergrund, ne? Ja. Du musst das Handeln mitmachen. Alter, Fennel. Das ist ja voll die Bahn. Ist der gelb? Der ist blau-gelb. Was? Da machst du ein Foto durch Facebook. Sag mal, Josch, wo musst du denn da abliefern? Ja, das weiß ich doch nicht. Irgendwo. Oh, das ist auch schick hier. Es ist... Mit dem Zug. Ja, der Zug, ne? Mit dem Zug. Lass mich auch mal gerade stehen. Ja, doch. Ja, ist denn jetzt hier der Josch? Doch, das kann man anbieten, so. Hier wäre sogar eine Werkstatt. Wo? Da, wo ich bin. Und wo der James ist. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Ach, hier ist auch wieder so ein... Da ist eine Werkstatt. Da ist sogar eine Garage, Josch. Geil. Die muss ich kaufen. Die brauche ich nicht. Doch, in so einer schönen Stadt musst du die haben. 90. Oh, ich habe ja einen 90er hier mal. Der sieht aber auch irgendwie auf der Karte relativ schwierig aus. Dafür, dass ich schon lange nicht mehr gesp... Alter, Finne. Das ist eng. Möchtest du die gerade wirklich kaufen? Ja, möchte ich. Nee, möchte ich nicht. Kaufen, kaufen, kaufen. Möchte ich sie dann sogar durchfahren? Das ist direkt am Wasser. Alter, Finne. Mega nice. Ja, warte, ich komme da hin. Muss ich nur gerade erstmal... Erstmal den... Den... Den China-Minister konsultieren. Wartung. Ja, ja. Aber man darf mit dem Wartner nicht zu lange warten. Ganz wichtig. Nee, 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 das ist definitiv fast da recht. Das mit dem Wartner nicht zu lange warten, sonst brennt der Bus ab. Ach, der Jörg Schenker irgendwo hinter der Werkstatt, okay. Ja, es ist mega geil. Ja, warte da mal, ich bekomme da gleich hin, der Jürgen. Boah, Motorfehlfunktion. Halt dein... Halt dein Maul. Das ist sicherlich wichtig, aber sind wir mal ehrlich. Muss auch mal gerade den Wartung konsultieren. Bibi bling. Interessiert mich nicht. Die Frage ist, wo muss man da jetzt hin? Ich glaube, ich habe eine... Ich fahr da mit James noch mal mehr Zeit, ja. Ich fahr da mit James noch mal mehr Zeit, ja. Ich fahr da mit James noch mal mehr Zeit, ja. Ich fahr da mit James noch mal mehr Zeit, ja. So. Aber aus mir, ein Zentimeter zu weit, äh... Ein Zentimeter zu weit, äh... Okay, verstehe ich. Oh, da steht eine Lok. Die Boss-Lok. Die Boss-Lok, macht den Lok raus. Die erinnert mich noch an die Boss-Lok. Ja, die... Spind die Boss-Lok. Alter, Finder. Guck mal, da steht einer und fummelt an Elektrik rum. Elektrik-Trick. Oh, das mit dem abgerannten Haus hier ist geil. Ja, das meinte ich ja, direkt am Wasser. So. Fertig ist hier die Schuße. Da, Moment. Hallo. Puh, ach, nun völlig in Ordnung. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ich hab ein Lost Place gefunden. Geil. Kann man nur leider nicht mehr von viel inspizieren, weil die ist halt einfach super cool. Willkommen mal, haben wir den Juli dann auch mal auf dem Sunnel mit drauf. Dann ab nach Palermo. Ja. Also, Palermo, äh, ich mach mir das mal. Boah, ich muss jetzt echt nicht mehr. Ja, warte, äh, Cargo-Trust. Cargo-Trust. Das ist ja voll cool. Und Julian, wo bist du? Das gibt's hier auch mit Schranke, diese, in diesen Firmeneingang. Julian, 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 du musst noch hin. Warte, 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 warte. Ich bin ja... Du siehst diesen untersten Zipfel mit den zwei Firmen. Da muss der Julian hin. Ich fang lieber zu dir das ein bisschen schöner. So. Wobei... Nicht-Fußbar. Marmusbar oder Momosbar. Ach, die Garage habe ich schon, das heißt, ich kann tatsächlich einfach zu dir fahren. Okay, gut. Vier Stunden, zwei Minuten. Kriegen wir hin, easy. Abfahrt. Ich bin schon unterwegs. Ich hole es auch noch nur fragt. Wie? Wie machen das was? Bist du an mir vorbeigehen? Ja. Als du da gestanden hast und irgendwas geguckt hast. Wie Grad habe ich geguckt? Ich bin schon wieder auf der Hauptstraße. Nee, ist okay. Aber auch nicht so schnell. War gerade nur 50. Nee. Deswegen mag ich mein Allison-Getriebe, das geht gut nach vorne. Trotz Ladung. Fahren entgegen der Fahrtrichtung. Außer auf dem Server vielleicht nicht. Ich bleib mal hinter dir. Okay, Julians Kurvenverhalten ist interessant. Mhm. Impressive. Was hab ich denn gemacht? Bin gut um die Kurve gefahren. Ja, so interessant irgendwie. Ja, da war rot für ihn, ey. Für Kurven man hier fahren muss. Voll für Kurve. Wo ist denn der Shams jetzt hin? Ich fahre hier gerade gemütlich mit 50. Hallo, Josh. Ach so, sind ja 80 hier. Ja, maximal schade. Rudolf, sag ich was. Also ich bin auf die Hauptstraße, da bin ich links, da bin ich wieder rechts und dann bin ich mal geradeaus. Hey, der wäre nicht scheinlos. Ich folge einfach dem Navi. Ich auch. Aber man muss ja voll schäbig im Kreis fahren. Ja, damit du oben auf die Brücke drauf kommst. Aber da kann man bestimmt... Nein. Und dann fahre ich hier Richtung Palermo durch, so einen kleinen Tunnel. Kann man bestimmt ein schöner Thumbnail aufnehmen. Thumbnail. Ach, Tatsache, hier ist der Tunnel. Da ist der James. Licht an. Ich fahre hier auch gerade nur 50. Ach, hi, Josh. Hallo. Warte. Furi ab. So. Uah, Wand. So, jetzt. Wenn ja alle wieder da sind, kann ich ja Gas geben. Oh, das ist schön hier. Moment. So viel Zeit muss sein. Josh. Josh. Bin schon ein wenig. So. So, jetzt gebe ich Gas. Tabusch. Die andere Richtung war nicht so schön, denn die andere Richtung war nicht so schön. Es muss genau diese Richtung sein. Ja, mit der Sonne, damit das hell und schöne Landschaft und bla. Bin mal gespannt, ob ich den Thumbnail jetzt gemacht habe. Oh, zieht der James jetzt links rüber? Und jetzt wieder rechts? Ich finde es aber interessant, dass wir tatsächlich jetzt hiermit, glaube ich, eine der längsten ETS-Sessions haben. Mit jetzt schon 3 Stunden 20. Die längste war 14 Folgen. 14 Folgen sind wie viele? Nee, das sind, also 14 Folgen wären 3 Stunden 30, jo. Aber jetzt sind wir trotzdem mit 3,20 schon mal mit, auf jeden Fall, in den Topf. Aber hatten wir nicht schon mal so eine 5-Stunden-Session, die nicht enden wollte? Da wir immer so Ewigkeiten, ähm, noch Frachten angenommen haben und sowas. Das ist dir wahrscheinlich so vorgekommen. Dann ist die, dann ist die aber niemals veröffentlicht worden. Das mag sein, aber wir hatten schon mal so eine Session. Nee, weißt du, die war nicht am Stück, sondern weil die haben wir am nächsten Tag weitergemacht. Ach so, ja, aber das war ja dann, das ist ja dann nicht... Ja, es war nicht eine Session. Es geht jetzt schon wirklich um eine Session, alles andere ist ja nicht... Ja gut, da war das halt das, die hier, dann die 3,5 Stunden und dann die Livestream-Session, die ich da gemacht hab. Weil die gingen wirklich langer. Fuisbar! Da steht sogar auf dem Schild. Die Livestream-Session hat echt ein bisschen gedauert. Hallo, Josh. Hey, Jo. Motorfehlfunktion, ja, ja, passt schon. Warum hast du nicht repariert bei der Werkstatt? Ich hab's noch reparieren. Keine Zeit. Keine Zeit. Muss ins Bett. Ja. Und alsbald funktioniert dir der Motor wieder nach unzähligen Fehlversuchen. Also ich konnte es noch zählen, aber das ist trotzdem irgendwie unzählbar. Das hat schon ein ganz anderes Flair hier, muss ich sagen. Kannst du, kannst du unzähl auch mit Karte zahlen? Unzähl mit Karte, bitte, ja. Ich dachte, ich frag mal. Wenn du Bar zahlen willst. Oh, ist das schön, nachher ich mit dem Wasser. Das ist echt schön. Ach nein, es ist nicht schön, es ist nicht wert, das zu fotografieren. Doch, ist es. Aber ich mach das ja mittlerweile während der Fahrt. Erklärt aber auch, warum er jetzt tendenziell so langsam ist. Der fährt sonst nie 110. Ich bin gerade nur 80 gefahren. Ja, eben. Lappen. Ey, wirklich, ey. Musst du, musst du Geschwindigkeit. Wie, wie, wie so ein Schwammtuch, ey. Voll, voll so, weißt du, voll... Ja, und so. Marvin, Josh, Josh, ich muss doch genug Sunnails haben. Ja. Kennst du das Problem, du? Ja, ich glaub, ich hab jetzt vielleicht genug, ich weiß es nicht. Vielleicht, dann weiß ich nicht, was ich weiß. Sonst gibt's in der Post-Production noch welche. In der Post-Production, dann ist es... Post-Production ist immer dann, wenn wir Briefe schreiben. Der James hat sich kaputt gemacht. Ich hab's gehört, ja. Die Tunnelwand. Der Tee, der Pass ist links, Julian, anscheinend laut. Aber nur 6% Julian, ich kann dich beruhigen. Okay, perfekt. Alles noch im Rahmen. Man hört ja nur so, oh. Und halt Lenkwart, war scherpernd, scherpernd. Alter, Felle. Das war sehr knapp. Upsi. Aber hier kann man nach der Maulschutz von Wenden, und das ist ja voll... Nett. Finde ich voll unfair. Die Wende war schon... Oh, Motorführer. Was ist denn? Kommt ein LKW an dir vorbeigefahren und startet erst mal den Motor. Da musst du erst mal überdenken, was du mit deinem LKW falsch machst. Ach, du hast so einen geilen Hybrid-LKW, ne? Gib's zu. Die ersten 80 fährst du so. Ja, genau. Ja, und dann kommt auf einmal der Beschleunigungsdienst dazu. Dann kommt auf einmal der Motor. Da, 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 da. Da, 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 da. Immer wenn, immer wenn Josch und ich irgendwas im Teamspeak anfangen zu singen, dann wird man immer langsamer da, 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 da. Aber warte mal, wo war das neulich? Wir sind neulich mal Zug gefahren. Zug. Ende August. Und da ist von draußen eine wahrscheinlich, ähm, postmilchkonsumierende Gruppe eingestiegen. Und. Eine Milchisierte? Ja, genau. Und die haben... Okay, ich muss gerade über meinen eigenen Witz lachen. Das ist irgendwie traurig. Ähm... Ja. Und die haben halt... Die haben halt mit Musikuntermalung angefangen, ähm... Was war das? Nur wie du weißt es noch. Genau. Ne, nicht Last Christmas. Was cooleres. All of a One for Christmas is You zu singen. Und dann kam ich nach Hause und hatte Lust auf Glühwein und so entstand dann die Geschichte, dass ich James noch nicht mal... Ah, deswegen hab ich die Glühwein gemacht. So entstand die Geschichte, dass ich James noch nicht mal erzählt hab, ich hab Glühwein getrunken. Im August. Ja, deswegen würde ich gefragt haben, warum trinkst du Glühwein. Das war die Anekdote dazu. Ne, du kannst mal vorbeifahren kurz. Ich bleib hier mal stehen. Ich mach mal den James. Schon wieder im Tunnel. Also schon wieder im Tunnel. Sagen wir es mal so. Ah, der ist kurz. Oh. Der zwei schießt. Ich bleib... Ich komm zum... Boah. Also ich komm zum Stehen und auf einmal geht der Motor aus. So direkt in dem Moment. Ja, das ist die Start-Stop-Automatik. Mhm. Nee, glaub ich, da hätten ein James vorbeifahren. Ey, James, musst hier nicht lang. Ne, weiß ich, aber ich wollt wissen, wo ihr hinfahrt. Hm, komm, lass das ökonomisch machen, dass da... ... jeder schon mal eingeparkt hat. Ja, hm. Das wär ja langweilig, das könnte ja jeder. Äh, Straßenereignis, hui. Hier ist nix. Wollt der James jetzt gerade zu meiner Firma? Ja. In der Hoffnung, da gäbe es noch irgendwas cooles, was man zusammenhängen kann. Julian sagt bei dir, es ist einfach hässlich. Es sieht scheiße aus. Gerade ist es wirklich hässlich, also... Was heißt hässlich, aber hier gerade ist halt nur ein bisschen Ödland. Das ist gerade... Ui! James, man bekommt da übrigens Schaden mittlerweile. Durchs Ödland fahren? Ne, wenn man gegen die Kreuze fährt. Boah, im Ödland wäre aber auch so eine Haltestelle für Adheim-Laurensbach. Ja. Ödland, Fallout Truck Simulator. Gut, aber die Welt in Fallout heißt... Das heißt, da war gerade ein Penis auf der Straße. Ne. Und ich weiß genau, was du meintest. Ja. Ich hab es gespürt. Habt ihr so auch gegengefahren, ja? Nee, aber irgendwie hat es mich verredelt. Das ist wieder so eine 2 cm Straße, übertrieben gesagt, natürlich. Natürlich in Julian's Welt 2 cm. Ups. Ich hab das Vorfahrt gewährt, Schildpunkt. Ach, hier muss man uns eben so eine Erklärung einführen. Wie zum Beispiel... Ach, weiß ich nicht. Das mit diesem Strom-Türmchen, das ist ja cool. Die gibt's hier auch. Alter, das ist ja die volle komische Lichtstimmung gerade. Das find ich irgendwie seltsam. Alter, ich muss hier schräg einparken. Ach, komm, aber so ein Steinbruchbild muss auch noch sein. Ah, wenn wir schon mal da sind. Ich hab gerade eins mit diesem Strom-Turm da gemacht. Das find ich cool. Ich hab meinen Strom-Turm. Ich wollte die Bremse betätigen und tritt aus Gas. Ich hab's heute echt drauf. Wir sind Profi. Und dann müssen wir das Ganze alles noch mal zurückfahren. Ja, aber dann sind wir wenigstens in der Stadt. Mhm. 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 Wir planen bei Jure-Parkt ein, Jure-Parkt ein, wir fahren in die Stadt, fertig. Das wäre langweilig, das könnte jeder. Bestimmt. Wie viele Wegpunkte kann ETS eigentlich? Acht, okay. Hi, Josh. Hallo. Kriege ich noch Erfahrungspunkte? Kann man hier wenden? Hier kann man wenden. Also die Anzahl der Wegpunkte ist auf acht begrenzt. Wichtige Info. Hi, Julian. Hi, James. Info des Tages. Wobei, ich würde sagen, ich nominiere heute mal Julian als Info des Tages. Was? Ufo des Tages? Ja, als Info des Tages. Als Informatiker. Dann nominiere ich Josh. Und ein unabhängiges Komitee muss das jetzt entscheiden. Das ist aber jetzt nicht ganz unparteiisch. Na, komm mal, da hinten kommt doch der Josh. Ja. Dann hab ich euch jetzt alle drei mit auf dem Thumbnail drauf. Richtig. Ich dränge mich ja wieder ganz vorne ins Bild. Bei Julian kann das jetzt ja auch, gell? Ja. Hab jetzt auch mein... Für mein Ego. Geil. Ey. Ego? Ja, genau. Ego. Ey, dann nimmt ihr voll die ganze Straße ein. Ich fahre hier voll auf dem Streifen. Ey. Da ist mein Stromtürmchen wieder. Nein. Motor geht aus. Hättest du es mal repariert vorhin? Ja. Dann hätte ich da hinfahren müssen, wo du nicht hingefahren bist. Ich wäre ja in die Stadt gefahren. Dann hätte ich reparieren können. Theoretisch. Ja, siehst du, dann wäre ich... Ja, fahr halt vorbei. Leck mir mal. Siehst du, Josh? Hättest du das nicht gemacht, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, hier langzufahren. Weil ich hab da einen Punkt gesehen. Ach, dass ich einfach weiterfahren soll. Ekelhaft. Aber hier ist halt echt nicht schön. Also das finde ich jetzt wirklich nicht schön. Also... Das ist halt typisch Süditalien. Ja, aber auch die Beleuchtung. Aber die Beleuchtung sieht doch eben so ein bisschen... Süditalienisch. Ja, nee. Sieht der ja schnell. Ich will lieber ins Wasser. Ich will lieber ins Wasser. Ich finde, mit meiner Ransomüe 30... Hier ist wieder der Penis auf der Straße. ...Schätzungen habe ich ziemlich gut geschätzt. Wir müssen aber noch einparken. Und dann fahren die einen zur Garage, weil sie denken, bei der Garage ist der Endpunkt. Der Rest fährt zur Werkstatt. Weil sie denken, bei der Werkstatt ist der Endpunkt. Und der eine ist noch in der Firma. Weil da ist er auch der Endpunkt. Aber nur jetzt sind wir jetzt nicht mehr... Das sind fünf Leute, Josh. Ja, aber da haben wir schon drei. Das sind drei Leute, die an drei... Aber nicht alle gleich. Blöd, alle drei. Ja, die sind mir blöd. Hä? Also, laut Mattenkarte seid ihr durchgefahren? Ja. Ja, sind wir auch. Ich habe es dem James einfach mal nachgemacht. Ich habe mir gedacht, einfach mal was von mir. War ein bisschen wackelig und... Ein bisschen schadig. Oh, Palmen! 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 Ich schwöre, ich fahre einfach zu der Palme. Wir können uns einfach... Ich habe heute gelernt, dass Palmen in Italien auch wachsen können. Das finde ich sehr gut, weil ich finde... Wir sind in Palmermo. ...sind immer sehr exotisch. Wir sind in Palmermo. Und wenn ich keinen Exotisch haben möchte, dann kaufe ich mir einen... Was ist das? Es ging da von Exo... Endo. Einen Endotisch. Und auf dem kann ich dann... Endo-Term und Exo-Term. Stimmt. Alter, für das stimmt. Macht ja, das ist die gute alte Chemie. 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 Leute sprechen von China. Chemie oder Krebs. Chemtrails. Chemtrails. Ganz aber auch nur so aussprechen, die Chemtrails. Nee, das ist ja englisch. Nee, Chemtrails. Das ist nicht englisch. Ich fahr lieber zum Schiff. Ich fahr zu meiner Firma. Fahr lieber zum Schiff. Ja, spring mich nicht auf IG. Nee, das Schiff ist hässlich. Das wir jetzt selber sehen. Super. Das können wir nach der Folge machen. Weißt du, was wir... Wir sind zu spät, jetzt bin ich schon abgebogen. Wir treffen uns einfach beim Schiff, nachdem du abgeladen hast. Zu spät. Das Schiff ist der äußerste Punkt, ne? Ja. Ja. Man muss natürlich erst zum äußersten Punkt... Chemtrails mal erst abwarten. Wir können uns einfach nachher beim Schiff treffen. Das wäre so, glaube ich, das ist das Optimum. Ist das Schiff hier? Nicht auch schon. Da ist das Schiff. Ich mach mal den... Ich tu mal da bei dem Hafensymbol mach ich mal den Treffpunkt hin. Mach mal, warte mal. Ich hab das Schiff. Mhm. Da. Da. Die Hafengegend gefällt mir wieder. Kann mich nicht überholen, der Josh. Das ist korrekt. Bei Konsto... Ich blink einfach mal in der Rechtskurve. Das ist ganz wichtig. Sehr wichtig. So, ich lebe ja jetzt schnell ab. Der holt ja nicht lange. Mhm. Können wir da kurz oben so... so ein Puschel noch hinmachen. Uah. Ich konnte das ja letztens im ATS so schön üben. Hui. Slalom. Oh, die Cargo, 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 die haben auch schicke Auflieger. Aber nicht im Schiff, sondern neben dem Schiff. Irgendwie so Bronzefarben. Ja, hier kann man schön einparken. Boah, das Wasser. Wie ich gedriftet bin, Alter. Schwör, Digga. Ich hab den Platz am Hafen. Ein Platz am Hafen. Ein Stück von... Ein Platz an der Sonne. Ein Stück von... Muss nur noch der Scherms hier halten. Und dann sind wir durch. Ja, dass bis der da ist, das... Ja, durch sind wir sowieso. Also, jetzt können wir ganz kurz in der Folge mal besprechen. Wir haben jetzt drei Stunden dreißig. Das lässt sich teilen durch. Joa, das lässt sich teilen durch... 15, aber genauso durch 30. Durch 15 und 30. Oder durch... Dreieinhalb. 22,5. Irgendwie sowas in der Mitte. Ähm... Alter, für ne... 23.30 Uhr. Oh, das Wetter gerade sich geändert. Also, dreimal... ...dreißig. 210 Minuten. Geteilt durch 22,5. Gäbe 9 voll. Das ist aber irgendwie hässlich. Durch 20. Auch doof. Hm. Also, in 15 Minuten Parts werden's genau zwei Wochen. Und in 30 Minuten Parts werden's genau eine Woche. Yeah, ja. Würde ich... Würde ich eine Woche machen, oder? Echt? Ja, weil wir dann ja nächste Woche wahrscheinlich mit ATS anfangen. Hm. Ja, aber haben wir gesehen, wir werden nächste Woche erst auf. Und ich würde erst einmal übernächste Woche auf. Wobei das wird auch... Ja, das wird nächste Woche erst ausgestrahlt. Ja, sind auch wieder... Ja, okay. Wir müssen hier gerade an, wie der letzte Mensch beim Einparken, ne? Ja, es ist furchtbar. Morgen. Guten Tag. Wo, wofür denn das sind, wo kann man denn da hinfahren? Du bist Reise schon eingeprabt. Da haben wir keinen von Apo, die fahren. Das ist ja witzig. Josh. Warum hast du keine Michelin-Reifen? Weil der Josh das Paket nicht hat. Warum hat der Josh die Plastiktürklinken? Weil der Josh... Weil ich nicht so viel Zeit in die... Weil der Josh nicht so Premium... mit LKWs gesteckt habe, weil ich anfangen wollte, aufzunehmen, um jetzt vielleicht... noch heute... ins Bett zu gehen. Ja, mich im Kleiderschrank fallen zu lassen. Bin doch ja auch, ey, müde. Ich hab's aber gleich, ich stehe gleich. That's what she said. Jetzt kann man anfangen, jetzt steht er. Humor ab 23 Uhr plus. Jetzt steht er. Jetzt steht er. Ah, schön. Jetzt kommt man anfangen. Aber 0 EP und 0 Euro für die Merschöne vorankündigungen, ganz wichtig. Jetzt gehen sie los, jetzt gehen sie los, die nächste Runde rückwärts. Aber jetzt muss der halt auch noch hierher fahren. Ja, schafft der schon. Wir haben uns tatsächlich am hintersten Zipfel von Italien gehalten. Weil unten gibt's auch noch coolen Zipfel. Das ist auch quasi wie Zipfelliebungen. Herr Regen, es tut ihm. Entschuldigung, wir sind schon siegen. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Wie weit in diese nicht näher definierte Richtigkeit? Oh, da, der James. Muss ich denn fahren? Äh, ganz weit. Im Hafensymbol. Du kannst eigentlich nicht anders fahren, weil das ist hier alles abgesperrt. Muss nur der Straße folgen. Bitte dem Straßenverlauf folgen. Fährst quasi zur Fähre. Ich bin auf Funkkanal 19. Fünf. Ich bin auf fünf. Habe ich das mal umgestellt? Ich bin auf fünf, weil ich die Nummer cool fand und der James ist auf fünf, weil, ähm... Dann hat es. Wegen deinem Stream. Wegen meinem Stream. Weil wir da ja mit Zuschauern gestreamt haben und wir haben über den Funkkanal kommuniziert. Du musst tatsächlich auf dem gleichen Funkkanal sein, damit du die Leute hören kannst. Okay. Also wenn du fünf... Wenn du jetzt... Wenn wir jetzt darüber sprechen wollten, müsstest du auch auf die fünf gehen, weil Funkkanal 19 funktioniert nicht. 19 und 5 kannst du nicht kombinieren. Das ist total cool. Eigentlich. Fancy. Und dass du halt auch... Aua! Ich dachte, ihr wäre schon. Du Spacko. Oh Mann. Ich dachte, ihr wäre schon. Guck mal, guck mal, guck mal, übrigens Julian. Bitte. Guck mal, so sehen schön Rücksichter aus. Ja. Ne. Die sind ja nicht LED-Technik, alles, was nicht LED-Technik ist, ist lappenhaft. Deine auch nicht. Ja, beim Benz kann sogar keiner anderen dran schrauben. Oh, das heißt, dass ich sagen darf, das ist jetzt für den James eigentlich voll die Einladung, zu sagen, dass es hässlich ist. Oh, hat das Gefühl hier gegen Ende. Ja, ich stehe mit dem Hinterreifen auf den Dingspunst drauf. Wunderschön. Oh, da kommt der Jan, Mann. Jetzt sind wir voll in die Zeit. Ach, schön. Ja, Mensch, ich dachte, hier wäre schon No-Kollision-Sohn-Mann. Du, der hängt sich aus so einen widerlichen Vorhang dahin. Ja, gut, jetzt lassen wir erstmal beenden. Ja, der Vorhänge sind cool. So. Ich mag vorhin. Josch hat die Einladung gemacht, Josch beendet. Du, schnarch. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Ja, irgendwie sowas fällt sich nicht mehr. Seit langem mal wieder ETS, war schön, hat Spaß gemacht. Beim nächsten Mal ATS mit Carsten. Tschüss. Ja, immer wieder lange. Tschüss. Tschüss. Tschüss.